Moinzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Dead Island 2. Ähm, ja, Boss, lass uns das machen. Das hatte ich ja... ...irgendwann schon mal sehen. Oh, da ist... ...können wir zu holen. Oh, ich kann nicht, dass du genug bist. Wenn du noch einen Gehreit hast... ...wählen wir uns hinter einem großen, grünen Schrein. Oh, ja, Strom, kurz vor kurz. Nein. Ja, sie hat aber eine Schrotflinte auf der Tasche. Das ist kein Problem. Ich komme. Ich denke nicht. Hm, da gibt's ja auch noch zwei... ...kassetten. Einmal ganz draußen. Da oben ist noch einer. Drei Kassetten sogar. Und einmal in diesem Wohnwagen, wo du eben angegangen bist. Und jetzt da lang und dann rechts da kommt... ...wurde einer kommen. Tasty Donut. Tasty Donut. Ähm, wo ich... ja... ...aus und dann in dem Wohnwagen wäre noch einer. So, wir sind umgewohnt. Stuhl, 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 bitte stuhl. Dankeschön. Stuhl, wohnwagen. Noch ein weiter. Wie ein Altersschwäche gestorben. Keine Ahnung. Stuhl. Hier einfach. Das ist eine Schreierin. Äh, ich merks. Wo ist rum? Oh, die Tiefel. Oh, die Tiefel. Oh, die Tiefel. Oh, die Tiefel. Hier drinnen müsste mal once safe sein. Leberkoffer? Ah ja, hier wahrscheinlich. Schlüssel für Kelly Joes Koffer. Kelly Jo? Kelly? Kelly? Oh, das ging nicht auf. Hm. Ich meine, das war das, was wir beim eigentlichen durchspielen schon auch hatten. Aber auch. Wir müssen hier links nach Studio 5. Da müssen wir rein. Da ist, äh, diese quasi... Dingenskönigs-Aufgabe. Yo! Jowie! Jetzt sind ja jetzt Zombies, bisschen sicher. Ein fetter Kotzbrocken! Ein fetter Kotzbrocken! Oh ja, es schluckt um... Oh, aber einiges! Ja, es brennt alles! Ja, es brennt alles! Oh! Ah, es brennt alles! Ich bin hier drauf! Ja, es brennt alles! Ja, es brennt alles! Ja, es brennt alles! Ich bin hier drauf! Okay. Okay. Was ist denn Busy hier oben? Man steht immer alle irgendwo oben! Und wenn ich so Zombies haben muss! Was ist denn... Hey, Hannah said to expect you! Up here! Hi! Having fun up there? What's denn? This is where the FX controls are. Thing is, when I climbed up here I didn't notice that I had half a Starlark with her teeth sunk into my shin guard. She chewed through a bunch of wires trying to get at me before I finished her off. Relentless fuckers, aren't they? Die Obnoxien hier ist, dass ich die Veröffentlichung des Setup für diese D-Day-Effekt haben. Aber sie sind alle Tengelte. Und ich habe bereits ein Quiet Onset Alarm geöffnet und ein Randeblast geöffnet. Also haben wir jetzt nicht mehr Extras geöffnet, including eine große, gross, Postule-Fucker. Keine Mühe. Ich bin eine Frau von Zombie-Kind. Es gibt ein paar Motor-Kontrollen in der Sanger, auf der Hölle, glaube ich. Ich denke, zwischen dem und dem hier, wir können wahrscheinlich die Böcke ein gefährliches Ort sein für die Zombie-Kind. Aber vielleicht bleiben Sie da da, weil ich nicht so etwas von accident und, wie, die Böge auszutauschen. Ja, ich bin noch ziemlich auf die Seite. Ich glaube, ich habe ein Trigger für ein paar Motor-Kontrollen. Either das oder Schmöck. Kannst du versuchen eine von diesen Wünschungen aus und sehen, ob es funktioniert? Ja, jetzt haben wir das Wort nur noch eine Woche. Ja, ja. Ja, cool dann. Ja, cool dann. Achso, da kommt er auch durch. 5000 Medizion hier oben liegen. Oh ja, kommt er her, kommt er her. Ah, komm. Ah, ne? Ja. Das wird hier vorne gewesen sein. Das wird hier vorne gewesen sein. Die Gefahr von Morter ist aufgeladen. Wow. Hey, was hier denn, Kollege? hier hm, tue ok, mach rum oh, shit das soll ich nicht zu spüren sein ja set off the right side mortars at will, Sarge the mortars on my right, on your left, they're ready hm set the ones along the barbwire are good to go careful oh phew oh man, spendig hey spukes oder yeah, ich hab ein Mimer Schmengas er geht ja jetzt, ja Uuuuh! Er hat mich einfach umgeklatscht. Das ist ja die Aussichtballen-Tremper genannt. Oh mein Gott. Er hat's gemerkt. Dead. Er ist ungeklatscht. Hm. Uuuuh! Mapio! Du bist schon hier, Tobias! Ich denke, wir haben das Ding noch um einzustellen, was er da macht. Oh! 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 Du mein Schrein! Was für mich? No, ich habe noch 10.000 Bois. 2 Brümpositen Geh, wir fangen Oh, dann ... ... ... ... ... ... Ich war's gut, sag es, mini klingt Okay, cool. Think you can make it back alone? Oh yeah! And the Venice-Canals are gonna get a lot more dangerous to deadheads as soon as I'm back there. Nice. Neue Überlebende-Karte verschaltet. Was gibt's hier schon was? Die hier? Kurze Lunte. Bis 10.10 ist was für ein Loser. Ein festlicher Raserei muss. Ihr habt Zeit. Sollte der Raserei-Anzeige mehr als haltvoll ist. Das ist ganz cool. Okay, nice. Wie die Terranaut und er ist aufgeschossen. Cool, nice.